Lufthansa 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 Staatsoppen Chand Lufthansa Da wird ja anders los Oder So, oder? Sie können auch schon mal durchsinnere. Es ist wirklich so interessant. Vielen Dank. Ich war sehr wichtig. Guck mal hier. Ich bin ein Bruder. Ich bin ein Bruder. Ich bin ein Bruder. Ich bin ein Bruder, ich bin ein Bruder, aber ich bin ein Bruder. Unter den Ländern Friedrichstraße. Unter den Ländern Friedrichstraße. Das ist ein Ziefel-Auto-Kurse mit dem Hamlet. Sie sind in der Nähe von Hamlet. Sie sind in der Nähe von Hamlet. Sie sind in der Nähe von Hamlet. Manchmal ist es ein ganz kurzes Stück und manchmal ist es ein ganz kurzes Stück. Manchmal steht es nur in anderen Bezirken drin. Aber er schreibt immer, wo es ist. Und er hat gesagt, die Kurzen lassen. Je nachdem. Ja, ja. Aber dann sind sie von der Runde drückt, wo man hier die Wagen schreibt. Und da ist einer, weil er war immer noch. Er kommt aus dem Buch. Er hat schon lange gehabt. Oh, Wahnsinn. Also er hat sich eine ganze Zeit in die Runde zuerst rufen. Und die Zähler, wo er erzählt hat, dass seine Kumpel jetzt reichten. Ja, ja, ja. Und ich habe schon das Essen in der Frisbee. Also, wenn er einen nachvollziehen konnte, er hat sie hinbekommen. Ja, das ist aber mal nett, der hat alles voller Bücher, das kann gar nicht ausschließen. Wer? Keiner davon. Ja. Wer soll denn die Bücher einbauen? Ich möchte ja dann auch mal so viel machen. Ja, bei meiner Schwester ist es ganz schlimm. Ja, wir sind ja sehr gut, aber kannst du es nur nicht im Blut haben. Ja. 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 Ja.